Es war ein Abend, der für die Fans von Florian Silbereisen und Beatrice Egli lange in Erinnerung bleiben wird. Beatrice Egli, die Schlagerkönigin, stand auf der Bühne und richtete zum ersten Mal seit Beginn ihrer Beziehung wahre Liebesworte an Florian Silbereisen. Die Worte, die sie wählte, berührten die Herzen aller Anwesenden und brachten die intensive Verbindung der beiden zum Vorschein. Doch was wie ein perfekter Moment der Liebe erschien, verbarg eine tiefere, dramatische Geschichte, die sich hinter den Kulissen abspielte und das Paar vor eine unerwartete Herausforderung stellte. Der Abend begann in einem glamourösen Veranstaltungsort in München, wo Beatrice Egli für ein besonderes Konzert angekündigt war. Die Fans strömten in die Halle, gespannt darauf, ihre Lieblingssängerin live zu erleben. Was jedoch niemand wusste, war, dass dieser Abend nicht nur musikalisch, sondern auch emotional eine Wendung nehmen würde, die alle überraschen sollte. Beatrice betrat die Bühne in einem funkelnden Kleid, das sie wie eine wahre Königin des Schlagers erscheinen ließ. Ihre Stimme war kraftvoll und klar, als sie ihre Hits sang, doch es war ein bestimmter Moment, der alle im Saal in den Bann zog. Nachdem sie ein besonders emotionales Lied bändet hatte, nahm sie das Mikrofon und blickte in Richtung des Publikums. Ihre Augen suchten einen speziellen Platz, und als sie Florian Silbereisen entdeckte, der in der ersten Reihe saß, begann sie zu sprechen. Es gibt Momente im Leben, die uns verändern, begann Beatrice mit einer leichten Unsicherheit in ihrer Stimme, die jedoch schnell von Entschlossenheit abgelöst wurde. Menschen, die in unser Leben treten und es für immer verändern. Für mich ist dieser Mensch Florian. Die Stille im Saal war greifbar, als die Zuschauer merkten, dass etwas Besonderes im Begriff war, zu geschehen. Florian, du bist nicht nur ein großartiger Künstler, sondern auch ein wunderbarer Mensch, fuhr Beatrice fort. Du hast mein Leben bereichert und mir gezeigt, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Und ich möchte, dass jeder hier weiß, wie viel du mir bedeutest. Ihre Stimme zitterte leicht, als sie diese Worte sprach, und Tränen der Rührung schimmerten in ihren Augen. Florian, der sichtlich gerührt war, erhob sich und ging auf die Bühne zu Beatrice. Als er sie erreichte, umarmte er sie sanft, und das Publikum brach in tosenden Applaus aus. Es war ein Moment der puren Emotion, in dem die beiden ihre Liebe öffentlich machten, und es schien, als wäre alles in ihrem Leben perfekt. Doch wie so oft, wenn die Kamera aus ist und die Lichter verblassen, begann die wahre Geschichte erst hinter den Kulissen. Nach dem Konzert, als die beiden sich in ihre Garderobe zurückzogen, begann eine Diskussion, die niemand erwartet hätte. Warum hast du das getan, Beatrice, fragte Florian mit besorgtem Ton, als sie allein waren. Warum hast du unsere Beziehung auf der Bühne öffentlich gemacht? Beatrice, die aufgewühlt war, schaute Florian verwirrt an. Ich dachte, es wäre der richtige Moment, und der Welt zu zeigen, wie wir füreinander fühlen, erklärte sie. Ich wollte nicht länger so tun, als wäre da nichts zwischen uns. Doch Florians Gesichtsausdruck zeigte, dass er andere Gedanken hatte. Es ist nicht so einfach, Beatrice, sagte er leise. Unsere Beziehung ist etwas Besonderes, und ich möchte sie beschützen. Ich habe Angst, dass die Öffentlichkeit uns zerstören könnte, wenn wir sie zu sehr in unser Privatleben einlassen. Diese Worte trafen Beatrice tief. Sie hatte geglaubt, dass Florian genauso fühlte wie sie und dass sie bereit waren, ihre Liebe offen zu zeigen. Doch nun erkannte sie, dass Florian Bedenken hatte, die sie bisher nicht gesehen hatte. Florian, ich wollte nicht, dass du dich unwohl fühlst, sagte sie mit tränenerstickter Stimme. Ich dachte nur, dass es an der Zeit war, ehrlich zu sein. Die Spannung zwischen den beiden war spürbar. Florian kämpfte mit seinen eigenen Gefühlen. Einerseits liebte er Beatrice von ganzem Herzen und wollte ihr zeigen, wie viel sie ihm bedeutete. Andererseits hatte er Angst vor den Konsequenzen, die eine so öffentliche Beziehung mit sich bringen könnte. Ich liebe dich, Beatrice, sagte er schließlich. Aber ich habe Angst, dass wir uns verlieren könnten, wenn wir nicht vorsichtig sind. Diese unerwartete Wendung brachte beide zum Nachdenken. Beatrice erkannte, dass sie vielleicht zu impulsiv gewesen war und dass sie Florians Ängste hätte berücksichtigen müssen. Doch gleichzeitig spürte sie, dass sie nicht länger im Verborgenen leben wollte. Ich verstehe deine Bedenken, Florian, sagte sie nachdenklich. Aber ich kann nicht so tun, als wären wir nur Kollegen. Ich will, dass die Welt weiß, dass wir zusammengehören. Florian nickte langsam, noch immer zögernd, aber mit einem tieferen Verständnis für Beatrice' Gefühle. Vielleicht haben wir beide recht, sagte er schließlich. Vielleicht müssen wir einen Weg finden, unsere Liebe zu schützen, aber auch zu zeigen, dass wir stolz darauf sind. Dieser Kompromiss war der Anfang einer neuen Phase in ihrer Beziehung. Beide erkannten, dass es nicht darum ging, die Liebe zu verstecken oder zu übertreiben, sondern einen Mittelweg zu finden, der für beide funktioniert. Ich will nicht, dass du dich jemals wieder so fühlst, als müsstest du unsere Liebe verbergen, sagte Beatrice mit fester Stimme. Aber ich verspreche, dass wir es langsam angehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Florian stimmte zu und zog Beatrice in eine innige Umarmung. Lass uns das gemeinsam schaffen, sagte er leise. Wir werden herausfinden, wie wir das Beste aus unserer Liebe machen können, ohne uns selbst zu verlieren. Als die beiden die Garderobe verließen, war die Spannung gewichen und sie fühlten sich enger miteinander verbunden als je zuvor. Sie hatten nicht nur ihre Liebe füreinander erneuert, sondern auch verstanden, dass es in einer Beziehung darauf ankommt, Kompromisse zu finden und auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen. In den folgenden Tagen gab es viele Spekulationen in den Medien über die öffentliche Liebeserklärung von Beatrice Egli, und die Fans waren begeistert von der Offenheit der beiden. Doch für Florian und Beatrice war es mehr als nur eine Show. Es war ein Schritt in Richtung einer reifern, stabilen Beziehung, in der sie beide gelernt hatten, ihre Ängste und Wünsche zu respektieren. Das Drama, das sich hinter den Kulissen abspielte, bleibt den meisten verborgen, aber die Liebe, die auf der Bühne zu sehen war, ist echt. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben gezeigt, dass wahre Liebe nicht immer einfach ist, aber dass sie alle Herausforderungen überstehen kann, wenn man bereit ist, daran zu arbeiten.